Und da sind wir, Leute, oder ich bin hier, bei Lalladwars, bei der letzten mittleren Route, auf Macbeth. Also, du fährst die Kriegsbasis? Großartige Idee, Box! Das wird ein Stück Keg, General. Guten Tag. Um die feindliche Basis zu schwächen. Oh, jetzt sind wir wieder in so'n derben Panzer unterwegs. Wollen wir gleich mal drauf hier. Ich spielte den Train. Ich spiel es aus. Hier kommt ein bisschen, wie du siehst. Jetzt! Und sollten natürlich die Gegner hier nicht vergessen? Hier sind sie! Wow, alter! Ja, toll. Dann sind sie nicht in der nächsten Zeit. Was ist der Typ abkaut? Hier sie kommen! Wie ging das nochmal an? Hey, was ist die große Idee? Wie ist der Landmaster, Boss? Oh, das ist der Zug! Oh, das ist der Zug! Oder? Ne, das ist nicht der Zug! Da ist der Zug! Ah, das holen wir uns! Wow, da haben wir ein größeres Problem als der Zug! Nein, lass ihn in die Supplier-Demo kommen! Das ist nicht gut! Hey, du kleiner Kamerad da oben! Hau da ab! Wow! Schau! Du bist gerade hinter mir! Sorry! Hey, Peter! Ich glaube, ich werde dich zurückziehen! Ah! Wow! Wow! So, jetzt haben wir den! Oh, komm ein bisschen näher! Jetzt kriegen wir dich! Jetzt! Wow! Oh, scheiße! Nicht gepackt! Oh! Was mache ich denn? Wer fliegt denn jetzt? Wir müssen doch alles verdichten! Na, jetzt haben wir schon zwei erwischt! Oh, ho, ho! Na, jetzt hat er jetzt... Der lässt alles... ...zurück, was... ...nicht mehr geht! Jetzt auf! Das geht immer auf oder zu... ...auf oder zu... ...auf oder zu... ...und das brauchen wir nicht unbedingt! Hey, bleib stehen! Oh, jetzt haben wir schon... ...das... ...ganz wichtige da! Oh Gott! ...da kommen wir die... ...Richtung ändern! Sowieso haben wir gemocht! Oh Gott, das... ...fängt an! Wir sind sehr glücklich! Aha, das ist jetzt der... ...Boss-Fight! Wir kämpfen... ...gegen den Zug! Oh, jetzt habe ich die... ...Richtung geändert, oder? Ich bin hier, um dich zu retten! Wo? Kann ich den erwischen? Wo? Oder... Ja, ich erwischen... Wo? Fuuuck! ... 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 Well, at least we can take this spot out. Ah, it's already been erwischt. That was dumb. That was strategically not so... ...right. So... Oh, now. Can we do the car here? Oh. Oh. No. Take care of the guy behind me, Fox! Your father helped me like that, too! Hey, I've got my hands full up here! What's wrong? Oh. 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 Entschuldigung, Leute, ich muss diesen einen auspüren! Das ist ja so ein wenig flugunfähig. Ah ja! Ah ja! Immer schön draufhalten. Wenn er mal wieder aufmacht, dann gehts wieder... Oh, ne, mhm, da hat's uns erwischt. Da hat's uns leider erwischt. Oh, jetzt müssen wir wieder gegen die Chippen kämpfen. Oh, der Bolle da einfach rein. Durch. Jetzt müssen wir wegmachen, der ist brauganisch. Rüber. Jetzt ändern wir mal die Richtung. Oh. Das ist okay, der Bolle da ist. Das ist ein Lied. Ich erwischt nicht, dass du das helfen kannst. Du bist sehr glücklich. Oh, 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 oh. Oh, da haben wir noch einen Routeränderungsdienst. Ich komme hier, um ihn zu retten. Oh, 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 oh. Okay, jetzt schütze den Abkauf. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh oh. Boah, 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 boah. Boah! Oops. Sorry. Jo. So kann man natürlich auch gewinnen. I can see the look on this stupid face. I'm sure we heard of this time. Now it's our turn to kick some tail! Panzer-typi. Jo Leute, das war jetzt die mittlere Route. Es sind ja nur drei Planeten. Und einen schweren haben wir ja auch schon. Ja. Oh, jetzt könnten wir sogar hier lang. Aber das machen wir ein andermal. Wenn wir die schweren Route komplett machen. Wenn wir diesen Satelliten angreifen. Also bis zum nächsten Board. Wenn wir ja bei Aqua sind. Bei dem blauen Planeten links. Da wird's dann weitergehen. Also bis zum nächsten Mal Leute. Und ... ... ...